Die Kisten sind auf dem Hive-Server und da sind auch gerade die Kisten runtergekommen. Und mit dabei ist der Gaming-Hau. Hallo, ich hab nichts. Was? H-Fx. H-Fx. Genau. Also, genau, H-Fx. Und wir versuchen jetzt hier mal diese Runde zu gewinnen, weil wir haben vorher richtig viele Runden aufgenommen, versucht aufzunehmen. Aber es hat irgendwie nie geklappt. Wirklich. Wir hatten richtig viel. Wir wurden immer gekillt. Und wir haben immer... Okay, hatten. Ich hab wieder mal nichts. Hab nax, nax. Geil. Geil. Ich hab eingekillt. Mann, ich wette ich jetzt schon sowas von gekillt. Hat noch ein gekillt. Oh, der hat mir 88 Kunde gegeben. So, hier ist noch einer. Geil ist noch einer. Geil ich auch. Geil ich auch. Nein! WTL-Falter. Was denn? Was denn? Was denn? Tod? Nee, noch nicht. Ey, komm. Ey, komm. Ey, nur noch. Der hat ein halbes Herz oder so. Nein, nein, nein! Überlebende. Kacke! Ich muss fliehen. Spaß, ey. Bist du schon tot? Nee, nee. Gut. Ich kassiere hier. Ja, ne, da oben hängt jetzt der Typ, der schnägt sich jetzt hier alle Kisten oder so. So ein Penner. Ah, der ist mit Steinschwert! Wer ist das? Wer ist das? Wie heißt der? Heißt der? Hm. Da muss ich nachgucken. Ja, dieser Todesbildschirm ist ja auch ganz nett, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hi, hi. Hm. Extrem gut. Yves, Yves. Sag mal, sieh, oh, leu, oh, leu. Sag mal, sieh, sag mal, sieh, 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 guckst mir grad zu, guckst mir grad zu? Nein. Ich häng noch immer im Todesbildschirm. Diese kann ich nicht raus? Doch, jetzt, aber ich war zu voll, irgendwie rauszugehen. Hm. Sehr, sehr, wo bist du? Mich, 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 Mich. Ich finde ich grad grad noch hier. Endlich! 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 Was man nicht alles tut, ich bin für fünf Punkte. Hey, hey. Guck mal, da unten ist auch einer, wie kommt er dahin? Flyhek, Flyhek. Ich hab, ich... Da unten, da unten. Musst du grad sagen, ne? Oder ist jemand? Oder ist jemand? Hä, siehst du mich? Weil ich seh, nehm ich mein Hand. Nein, natürlich nicht. So, nehm ich... Du bist ja nur, warum sich bei Überplatten halt. Und sich bei Überplatten halt. Trolololo, ich nehm ich... Los, schwimm schon zurück. Ja! Ich krieg den weg, denn? Wer... Ey, da am Strand ist auch einer... Da am Strand ist einer mit Bogen, am Strand ist einer mit Bogen. Hier, hinter... Ich krieg den tipp, den tipp. Der kommt jetzt einer mit Bogen, hinter dir. Der hat einen Bogen, der hat... Das ist der, der einen Bogen hat. Wow, wow! Wirst du abgeschossen? Nein, nein, doch. Ich hab's gesehen. Wow, wow, wow! Ich hab' den weg, oder? Ja, ja, ja. Ja, äh, nee. Er ist noch ein bisschen weiter hinter dir. Du hast er, du hast er. Scheiße, schnell weg. Hat er noch einen Bogen? Er hat einen Bogen. Ja, er hat auch seinen... Er hat einen Bogen, Alter. Skiller. Skiller. Hatten sie nicht... Der wird... Der ist ein Wo Gummes. Und das ist eine expose und zweigeilige Samen sind. Aber aber... Ja, in dem Press' siekommt, glaub ich? Ja, wir wie verletzte juicellen Alignol. venin,ine Không名ut. Die letzte Woche betäre. Er war ja mehr da sein. Und memoir each أ Cause ENGcause. Wenn man es wirklich wichtig ist. Ich kann televisiv sind Monetarcale am Boden. Ich bin, dann bin dann Bodenạo fallingата associate. So entlang der 8. Noch ein vergatueller 708, auch sehr sehr cool und die Möwen die sind auch sehr sehr cool geworden und von der Köln die Köln hier ist er die Hälfte der Hälfte in der Nähe dieser die Fähigkeiten gekommen frau ich mich auch diese Fähigkeiten sei es ich muss das ja ja sollte ich das ich bin auf jeden Fall ein Teil hier oben hier oben wurde ich gekillt hier oben wurde ich gekillt nie war das hier Nils war auf der anderen Seite durch die Klinik mal kurz wieder zu dir bei mir ist ein Action du ja ich sehe ich sie schon der TNT gesetzt ich weiß ich weiß wow WTF der ist voll dümlich dümlich du bist auch so so geil geil was hat was hat der zwei Eisen oder ne einen Eisen in der Tat und Sachen mal hier drunter ist ja auch noch ne Kissen da ist auch noch ne Kissen da ist auch noch ne Kissen oder kann man ja lol du hockst erstmal so übel zum Boden rum hat ja auch immer ausgelockt du bist tot aber war gut hast du dich ausgelockt oder was bin ich tot ja okay ja okay ja auf jeden fall wenn euch die runde gefallen hat war leider eine kurze runde auch von deiner seite aus ähm lasst doch gerne eine politische Erwertung da und ja genau ich meine jetzt nicht nur für dich auch für die Zuschauer und so klar ja ja sagen da würde ich sagen alle Gronkh abonnieren kein abonniert Gronkh alle die Gronkh abonniert haben deabonniert meinen Kanal ist bestimmt auf jeden Fall mache ich deinen Kanal in die Beschreibung ja 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 du würdest so ablachen wenn ich dir jetzt zeigen könnte was ich was ich jetzt mache ist die Aufnahme zu Ende nein ja auf jeden Fall ja wenn euch die Runde gefallen hat lasst doch gerne positive Bewertung da und dann sage ich mal cheerio bis zum nächsten Mal tschüss